Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute werden wir mit diesem Gerät hier den Mars fotografieren. Wenn ihr euch über das Thema Astrofotografie interessiert, abonniert gerne diesen Kanal, damit ihr auch künftig keine Videos verpasst. Los geht's nach dem Intro. Ja, um euch jetzt hier nicht allzu lange auf die Folter zu spannen, hier gleich mal ein Live-Video-Bild, was eben so direkt aus der Kamera kam. Hier kam eben hier der Mars im Bild und eben von dem 250 mm Newton-Teleskop, also 250 mm Öffnung und 1000 mm Brennweite mit einer Fünffach-Balo eben dann hier auf 5 m Brennweite erhöht, beziehungsweise eben 5000 mm Brennweite und ein ADC kam eben hier auch noch zum Einsatz. Und zwar der von Piero, der Mark III. Das zeige ich euch dann noch im Anschluss, also am Ende von diesem Video. Da zeige ich euch dann auch genau, was eben da alles zum Einsatz kam. Und außerdem kam hier auch noch ein Mondfilter zum Einsatz und zwar habe ich mir eben da vor einiger Zeit einen beim Teleskop Express bestellt. Der kostet auch nicht viel, ich glaube das waren so um die 30, 35 Euro. Der kam eben hier auch zum Einsatz und der ist eigentlich zwar für den Mond, aber ich habe eben da auch gelesen, dass man den auch durchaus verwenden kann für den Jupiter und eben auch für den Mars. Und das habe ich eben jetzt hier auch mal versucht. Ja und was sieht man jetzt hier eben, man kann hier auf jeden Fall die Polkappe hier erkennen, da befindet sich ja ein bisschen Eis drauf. Und ich finde, man erkennt sogar so ein klein wenig diesen blauen Saum herum. Und zwar ist das die Atmosphäre vom Mars, der ja zu, ich glaube es sind 97 oder 98 Prozent aus Kohlendioxid besteht, also CO2. Wir auf der Erde haben ja 78 Prozent Stickstoff, ist ja bei uns der Hauptanteil und dann sind es so gute 20 Prozent Sauerstoff. Auf dem Mars ist eben viel CO2, das ist ja ein Treibhaus und auch Inertgas. Also wenn man da ein, zwei Atemzüge machen würde, würde man auch gleich direkt umfallen. Ist eben keine atembare Luft für uns Menschen, weil eben der Sauerstoff komplett fällt. Und außerdem herrschen da oben nur ungefähr 6 Millibar Druck, also Luftdruck. Wir auf der Erde haben eben 1013 Millibar und auf dem Mars sind es eben nur 6 Millibar. So, ich zeige euch jetzt hier noch ein paar andere Bildsequenzen. Und zwar, das habe ich hier aufgenommen um 1 Uhr 23. Ich mache das jetzt hier mal groß wieder. Das war eben wie gesagt jetzt um 1 Uhr 23. Ich habe da einfach mehrere so Sequenzen aufgenommen, weil es kann sich ja auch das Sing immer mal wieder ändern. Und das habe ich jetzt eben auch gemerkt, dass eigentlich das Seeing so ziemlich das wichtigste Kriterium bei der Planetenfotografie ist. Also gar nicht so sehr jetzt die Öffnung vom Teleskop oder auch gar nicht so sehr die Qualität vom Teleskop. Also schon natürlich auch, aber wenn das Seeing extrem schlecht ist und der extrem hin und her zappelt, dann wird man nachher selbst mit dem besten Teleskop keine detailreichen Bilder herausbekommen. So, das eben war jetzt hier auch wieder mit diesem Filter drauf. Mit diesem Mondfilter um 1 Uhr 23 und dann habe ich hier zum Beispiel um 0 Uhr 49, das war halt direkt davor, ein Video gemacht ohne diesen Mondfilter. Und das zeige ich euch jetzt hier auch mal. Und mal davon abgesehen, dass der Mars hier farblich komplett anders aussieht. Was jetzt nicht schlimm ist, weil die Farben kann man ja dann später noch in Photoshop hinbiegen. Finde ich auch, dass man hier bei weitem weniger Details erkennen kann. Also zum Beispiel die Polkappe, finde ich, kann man hier gar nicht wirklich erkennen. Ist natürlich jetzt schon auch möglich, dass zu diesem Zeitpunkt das Seeing schlechter war. Aber es war eigentlich unmittelbar davor. Also vielleicht ungefähr 30 Minuten, glaube ich, war ein Unterschied. Also ich musste natürlich da eben den Filter reinschrauben und dann wieder den Mars suchen am Himmel. Das hat natürlich ein bisschen Zeit gekostet, aber ansonsten habe ich da keine Zeit verstreichen lassen. Also insofern kann ich diesen Filter auf jeden Fall für den Mars empfehlen. Den verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch den ja dann gegebenenfalls auch bestellen. Ja, wie lange habe ich jetzt die Sequenzen aufgenommen? Und zwar habe ich die Sequenzen so vier oder auch fünf Minuten lang aufgenommen. Dann eben jeweils mit ungefähr 30, 33 Bilder pro Sekunden, was dann ungefähr so sechs bis, glaube ich, sieben oder achttausend Frames ergeben hat. Und ich habe eben das jetzt dann mal gesteckt mit dem Auto-Stackert. Und hier ist eben dann das Ergebnis, was bei der Fünf-Minuten-Aufnahme herauskam. Und dann habe ich eben jetzt mittlerweile auch mitbekommen, dass, also der Mars rotiert natürlich. Und ich habe eben mitbekommen, dass man eigentlich nur maximal so zwei Minuten lang belichten sollte. Deshalb habe ich von der Fünf-Minuten-Aufnahme dann einfach nur die ersten dreieinhalbtausend Frames genommen, was dann ungefähr so zwei Minuten Belichtungszeit sind. Und da habe ich eben dann dieses Ergebnis hier herausgebracht, wo man hier eigentlich nicht wirklich einen Unterschied kennt. Also hier zwei Minuten, hier fünf Minuten. Und ich habe das mit dem Astra-Image, habe ich da eine Deconvolution dann durchgeführt und eine Wave-Flat-Schärfung. Und dann habe ich das Ergebnis hier erhalten. Und dasselbe habe ich dann auch mit der Fünf-Minuten-Aufnahme gemacht. Und da habe ich dann dieses Ergebnis hier erhalten. Und da sieht man dann schon ein bisschen einen Unterschied. Also ich zunge jetzt hier mal noch näher ran. So, hier wieder die zwei Minuten und hier die fünf Minuten. Oder ich ziehe mir das jetzt hier mal kurz rüber, dass das deckungsgleich ist. So. So, jetzt nochmal heranzummen. So, das ist jetzt eben hier die, genau, die Zwei-Minuten-Aufnahme. Das ist jetzt hier die obere Ebene. Zwei Minuten schreiben wir hier her. Und wenn ich jetzt die mal ausblende, dann sehen wir die Fünf-Minuten-Aufnahme. Nochmal zwei Minuten, fünf Minuten. Also bei der Fünf-Minuten-Aufnahme merkt man natürlich, weil ich habe jeweils 20% der besten Bilder gesteckt. Und da merkt man natürlich, wenn halt mehr Bilder hier gesteckt sind, dass das Ganze ein bisschen rauschärmer ist. Und bei der Zwei-Minuten-Version der Rausch-Zinn klein wenig mehr. Ja, also soviel ich weiß, macht ja auch das Auto-Stacker zur leichte Derotation beim Stacken. Und deshalb finde ich, ist sogar die Fünf-Minuten-Version durchaus brauchbar. Ja, was die Belichtungszeiten angeht, da bin ich selber noch so ein bisschen am Experimentieren. Ihr könnt sie gerne auch mal drunter posten, wie lange ihr da so belichtet und wie da eure Erfahrungen so sind. Aber ich habe jetzt mal für mich entschieden, eher so vier, fünf Minuten-Berlichtungen zu machen. Und dann kann man ja das später zum Beispiel mit dem Pip immer noch teilen. Zum Beispiel nur zwei oder drei Minuten oder auch nur eine Minute und dann eben nur das decken. Und dann einfach drauf schauen, wo man eben dann das bessere Ergebnis bekommt. So, machen wir das hier mal zu. So, das ist jetzt eben hier die Version, die eben Auto-Stack hat, nach dem Verrechnen direkt ausgespuckt hat. Und ja, das Video wird jetzt hier zwar eh wieder fast zu lang, aber ich zeige euch jetzt hier mal ganz kurz, wie das funktioniert. Und zwar öffne ich jetzt hier diese Videodatei. Und dann klicke ich hier auf Analyze. Und dann wird das Ganze eben hier analysiert, nach den besten Frames. Hier bekommt man dann so einen Quality Graph. Da sieht man eben, wo in der Aufnahme das Seeing am besten war. Und dann kann man hier zum Beispiel die Größe von diesen Kästchen, was er dann gleich hier drüber legt, eben festlegen. Und da habe ich hier so mit 32 ganz gute Erfahrungen gemacht beim Maß. Klicke ich hier auf dieses Symbol. Und dann macht er mir hier eben 153 so APs. Ja, und dann kann man hier noch einstellen, wie viel Prozent der besten Aufnahmen er stacken soll. Zum Beispiel 15 oder auch 20 Prozent geht man hier auf Stack. Und ja, bei meinem Prozess ist das dann innerhalb von vielleicht ein, zwei Minuten dann fertig gestackt. So, und dann habe ich eben hier dieses Ergebnis erhalten. Und dann bin ich in den Astra Image reingegangen. Und dann habe ich dieses Ergebnis hier erhalten. Und das zeige ich euch jetzt hier auch mal ganz kurz. So, hier sind wir wieder beim Ausgangsbild vom Auto-Stacker. Dann gehe ich hier auf ein Hand. Und dann führe ich eben hier eine Dekonvolution durch. Und das hier sind eben hier meine Einstellungen. Ihr seht jetzt hier 21 beim Blur-Kernl 0,5. Hier 0,8. Und dann klicke ich hier mal auf Preview. Und dann hat man jetzt hier dieses Vorher-Nachher. Und da muss man halt immer ein bisschen aufpassen, wie man das Ganze macht. Dann gibt es hier auch noch das Day-Ringing. Wenn man das hier mal aktiviert, zum Beispiel mit 29 Prozent. Ja, dann hat man eben hier so einen Ring herum. Also das macht sich hier nicht so gut. Da muss man halt auch einfach ein bisschen experimentieren, was besser kommt. Und hier kann man zum Beispiel mal um 0,1 raufgehen. Wieder auf Preview klicken. Und so kann man sich eben dann die optimalen Werte eben hier zurechtlegen. Das Ganze kann man dann da unten kontern. Wenn man eben auch hier mal raufstellt. Ja, dann wird es wieder ein bisschen flacher. Wenn ich hier um eine Tintel runter stelle, wird es extremer. Also wie gesagt, meine Einstellungen waren hier 0,5 und unten 0,8. Und dann hier auf OK. Dann wird es als Gesamte angewendet. Und dann habe ich hier noch eine Wave-Light-Schärfung durchgeführt. Und da mache ich es immer so, die Minimum-Details alles runter. Und dann fange ich zuerst mal mit den Werte-Light-Details an. Ziehe mir das so ein bisschen hoch. So weit, wie ich mir halt denke, dass es gut aussieht. Hier noch ein bisschen. Und mit den Small-Details aber nicht so viel. Weil ihr seht, was da passiert. Da sind einfach keine kleinen Details hier vorhanden. Und dann verstärkt eigentlich nur das Rauschen und mehr aber dann auch nicht. Okay, und so habe ich es dann eben gespeichert. Und das war jetzt eben hier das Ergebnis. Und anschließend bin ich dann noch ins Giotto reingegangen. Und dann habe ich dieses Ergebnis hier erreicht. Das zeige ich euch jetzt hier auch noch kurz. Sorry für das lange Video jetzt hier. So, da lade ich mir jetzt das Bild herein, was hier vom Astra Image herauskam. Und dann gehe ich hier auf Bearbeiten, auf Schärfen und Filtern. Und dann diesen Mexican Head Filter. Und hier kann man eben Vorschau, also Vorher-Nachher machen. Und ja, da muss man halt hier mit dieser Filtergröße ein bisschen experimentieren. Das kommt aber wieder, wie gesagt, komplett auf das Ausgangsmaterial drauf an, was man hier verwendet. Also, ihr könnt auch hier die Filtergröße mal ganz zurücknehmen und die Filterwirkung mal draufstellen. Aber in dem Fall passt es halt hier nicht so gut. Da muss man halt ein bisschen experimentieren, was am besten aussieht. Und wenn ihr dann eine Einstellung gefunden habt, könnt ihr hier auf den Puff-VP zum Beispiel gehen, auf Bearbeiten. Und dann wird es eben auf das gesamte Bild angewendet. Ja, und dann habe ich noch meine Künste in Photoshop angewendet. Und mein finales Ergebnis war dann diese Version hier. Ja, was habe ich hier gemacht? Zuerst einmal, ich habe den Mars hier gedreht. Und zwar habe ich ihn so gedreht, wie er eben auch von der Erde aus, in meinem Fall hier, von meinem Standort aus zu sehen war. Ich habe da eben in Stellarium nachgesehen. Und da sieht man eben eindeutig, dass eben hier die Polkappe so leicht links unten ist. Was übrigens in dem Fall hier der Südpol ist. Also das ist hier nicht der Nord, sondern eben der Südpol. Wobei am Nordpol befindet sich auch ein bisschen Eis. Aber das kann man eben hier nicht so gut sehen. Ja, was habe ich hier dann im Endeffekt gemacht? Ich habe so ganz dezent des Toppads die Noise angewendet. Aber wirklich nur ganz dezent. Da muss man höllisch aufpassen, dass einem der nicht da irgendwelche Details vorgaukelt, was gar nicht real sind. Also da muss man wirklich nur ganz dezent und eventuell eben auch nur selektiv das Ganze anwenden. Ja, dann habe ich im Camera Raw Filter habe ich noch den Weißabgleich eingestellt und die Sättigung ganz leicht erhöht. Dann habe ich den Dunst-Entfernen-Regler so ein bisschen raufgezogen, aber nur ganz dezent auch. Und den Klarheit- und Strukturregler. Ja, und ansonsten habe ich eben das Ganze jetzt hier noch so ein bisschen beschriftet. Ja, das ist halt nur, dass ein bisschen so der Platz der schwarzen Bereiche ausgefüllt ist. Ja, und was auch noch trotzdem noch wichtig ist, ich habe noch geschaut, dass halt der Hintergrund hier wirklich komplett schwarz ist. Weil wenn man hier mal genau schaut, dann sieht man hier so einen Ring. Und das geht am besten, wenn man hier zum Beispiel mal die Tonnenweck-Korrektur anwendet und dann hier die Lichter komplett hochzieht. Und dann sieht man einfach, dass eben hier der Hintergrund Strukturen hat quasi. Und das muss man halt noch komplett schwarz machen. Und das habe ich eben dann einfach so gemacht. Hier eine neue Ebene und dann mit einem schwarzen Pinsel zum Beispiel. Ups, das war ein bisschen zu groß. Und hier eben alles einfach schwarz gemalt. Also das habe ich eben dann auch noch gemacht. Also ich kann es euch hier mal drüberlegen, Tonnenweck-Korrektur. Und dann seht ihr hier, bleibt der Hintergrund jetzt komplett schwarz. Auch wenn ich eben das jetzt mal so richtig aufspreize. Ja, wie extrem wichtig das Seeing ist, möchte ich euch hier noch kurz zeigen. Und zwar habe ich in der darauffolgenden Nacht, hatten wir auch noch mal eine klare Nacht. Und da wollte ich dann noch mal den Mars fotografieren. Und da ist eben diese Aufnahme hier entstanden, wieder mit dem Mondfilter. Also vom Equipment her exakt gleich wie die Nacht davor. Und da kann man hier schon deutlich erkennen, dass man nicht viel erkennen kann. Und deshalb habe halt ich einfach festgestellt, klar, Equipment ist schon auch wichtig. Aber das Seeing ist noch viel, viel wichtiger. Ich habe das Ganze dann auch mal mit dem Auto-Stack-Cut gestackt. Und da kam dann dieses Ergebnis hier heraus. Und dann mit dem Astra Image, die Dekonvolution-Wayflat-Schärfung durchgeführt, kam das hier heraus. Und da sieht man hier eigentlich nicht annähernd so viele Details, wie zum Beispiel hier von der Nacht davor. Und deshalb habe ich dann dieses Bild auch gleich gar nicht mehr weiter bearbeitet. Und habe dann auch die Aufnahme in dieser Nacht abgebrochen. Also ich habe dann nicht mehr länger gewartet, ob es vielleicht doch noch ein bisschen besser wird. Weil da ist so ein großer Unterschied einfach. Und das macht dann einfach keinen Sinn, in so einer Nacht auf Planetenjagd zu gehen. Und jetzt im Anschluss zeige ich euch noch kurz in Sharpcap, wie eben die Aufnahmen entstanden sind. Noch ein kurzer Live-Video. Und danach seht ihr dann noch, wie das Ganze im Auszug bei mir, also das ganze Equipment, wie das Ganze zusammengesteckt war. Und jetzt im Anschluss, wie das Ganze im Auszug bei mir, also das Ganze im Auszug bei mir, also das Ganze im Auszug bei mir. Ja, schauen wir vielleicht noch kurz, wann uns denn der Mars wieder so nahe sein wird. Also aktuell ist er mit 62 Millionen Kilometer Abstand. Schauen wir mal jetzt zum Beispiel nächstes Jahr. Und da seht ihr schon 393 Kilometer um die Jahreszeit. Und wahrscheinlich wird das jetzt wieder ewig dauern, bis das der, ah hier, hier ist er wieder nahe, 2035. Also da muss man jetzt dann mal 15 Jahre warten, bis das er wieder ungefähr so nahe ist. Schauen wir mal. Ja, da kommt er uns sogar noch näher. Schauen wir mal, wie nah das hier dann noch kommt. Also ich habe es jetzt hier nur mal auf die Schnelle so eingestellt. Ja, da kommt er uns eben auf minimal 56 Millionen und 933.000 Kilometer. Aber dafür ist er nicht ganz so hoch. Er hat eben jetzt hier nur eine Höhe von 33 Grad. Also dann hier über den Süden auch wieder. Ja, also von daher ist momentan wirklich eine tolle Gelegenheit, eben den Mars zu fotografieren. Nicht auslassen, diese Gelegenheit. So, das war eben dann hier letzte Nacht sozusagen die Live-Aufnahme von SharpCab. Also da habe ich einfach, das währenddessen ich halt hier den Mars fotografiert habe oder gefilmt habe, habe ich halt einfach hier einen Screenshot mitlaufen lassen. Da seht ihr jetzt hier auch, ich gehe noch mal kurz zurück, da habe ich eben jetzt hier mit diesen Tasten den Mars hier zuerst einmal schön in die Mitte geholt, so dass er eben wirklich schön zentriert ist im Bild. Also mit dem Eco-Mode kann ich ja meine Montierung steuern, die Nachführung. Und die ist eben auch hier in der normalen Sternengeschwindigkeit gelaufen. Ja, und dann habe ich hier noch bei Capture Area, habe ich eben hier die Auflösung reduziert, entweder 800x800 oder 640x640. Also es reichen auch 640x640. Je kleiner halt der aufgenommene Bereich ist, desto schneller ist dann auch die Kamera, desto mehr Frames per Second schafft sie. Ja, dann habe ich den Mars hier nochmal exakt in die Mitte gebracht. Ihr seht es jetzt hier. Ja, und die Kamera schafft hier 32,6 Frames in der Sekunde. Und da geht dann schon ordentlich was. Und ihr seht es, im RAW 16 habe ich hier eben gefilmt. Und das hier wäre eben jetzt hier der gesamte Sensor. Und nur dieser kleine Bereich wird aber jetzt eben hier ausgelesen. So, jetzt ist er hier schon in der Mitte im Bild. Anschließend habe ich jetzt hier noch die Überlichtungszeit eingestellt. Ja, welche Überlichtungszeit man jetzt hier idealerweise einstellt, das habe ich auch noch nicht hundertprozentig genau herausgefunden. Ich habe eben hier mal eine Sechzigstel eingestellt, habe aber auch mal Versuche mit einer 125stel gemacht. Wenn man natürlich kürzer belichtet, muss man den Gain ein bisschen weiter raufstellen. Dadurch hat man wieder ein bisschen mehr Bildrauschen im Bild. Außerdem wird natürlich auch der Dynamikumfang ein bisschen geringer von der Kamera, wenn man den Gain hochdreht. Das muss man halt dann beachten. Und man muss auch beachten, man kann jetzt auch nicht zu lange belichten, weil wenn man jetzt zum Beispiel eine Viertelsekunde belichten würde, dann würde man maximal nur noch 4 Frames in der Sekunde aufnehmen können. Aber nehmen wir zum Beispiel 32. Also je nachdem, wie schnell eure Kamera ist. Und wenn ihr zum Beispiel eine habt, die vielleicht sogar 150 Bilder pro Sekunde schafft, und ihr wollt auch dann die vollen Frames per Second ausnutzen, dann müsst ihr natürlich entsprechend kürzere Belichtungszeiten einstellen. Also das hat halt dann immer Vor- und Nachteile. Ja, und dann stellt man eben den Gain hoch, bis eben das Histogramm gut aussieht. Und das habe ich mir jetzt hier eingeblendet, das Histogramm. Und da muss man mal aufpassen, dass keiner von diesen drei Kanälen, also Rot-Grün-Blau, nicht überbelichtet ist. Ich gehe jetzt hier nochmal ganz kurz zurück, weil da sieht man es. So, hier sieht man es jetzt hier. Jetzt habe ich das Video hier kurz angehalten. Also hier wäre der Rot-Kanal überbelichtet, das sieht man eben, dass der hier auf 100% geht. Und da muss man halt hier den Gain minimal zurückdrehen, bis dass er eben gerade nicht mehr überbelichtet ist. Das habe ich jetzt eben hier gemacht, auf 65. Und dann seht ihr, springt das auch gleich wieder herunter. Ja, und hier kann man in Sharpcap dann auch noch den Farbton oder den Weißabgleich ein bisschen justieren. Da sieht man jetzt auch da unten das Histogramm, Rot-Grün-Blau-Kanäle. So tragisch ist das jetzt nicht, wenn die Farben da jetzt nicht perfekt sind, weil den Weißabgleich kann man grundsätzlich auch noch später einstellen, dann eben in Photoshop. Aber wenn man es halt hier schon mal so einigermaßen hinstellt, dass es halt schon halbwegs passt, wird es auch nicht schaden. So, wenn alles soweit eingestellt ist, nochmal den Mars schön in die Mitte rücken. Ihr seht, der wandert immer ganz leichter links oben rauf. Ja, und dann habe ich eben hier noch eine 5-Minuten-Aufnahme gestartet. Und ja, das Video habt ihr eh dann vorhin gesehen, wie ich diese Aufnahme gemacht habe. Und das fertige Ergebnis. So, jetzt zeige ich euch noch im Anschluss, wie das Ganze dann im Auszug bei mir ausgesehen hat. So, noch ganz kurz zeige ich euch jetzt, wie ich eben die Kamera ans Teleskop adaptiert habe. Und zwar ist es so, ich habe einen 2-Zoll-Auszug beim Newton-Teleskop. Und deshalb braucht man da jetzt zuerst einmal so einen 2-Zoll auf 1,25 Zoll. Weil die Palo-Linze, die wir eben jetzt hier verwenden, die hat eben hier einen 1,25 Zoll-Anschluss. Und die kann man jetzt nicht direkt in den Auszug vom Teleskop stecken, sondern da braucht man eben so einen Adapter. Und diesen Adapter, das ist der Twist-to-Lock-Adapter von Omegon. Das verlinke ich euch auch alles unten mal in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch das auch raussuchen. Diesen Adapter habe ich aber dann hier noch verlängern müssen, weil der hat hier ungefähr, wie lange wird er hier sein, vielleicht 4 Zentimeter. Und damit bin ich aber dann nicht in den Fokus gekommen. Und also ich konnte halt den Auszug gar nicht so weit rausdrehen, dass ich in den Fokus kam. Und deshalb habe ich mir jetzt hier alle Distanzringe, die ich irgendwo jetzt zu Hause herumliegen hatte und gefunden habe, hier dran geschraubt. Und dann ging sich das gerade so aus. Aber für die Zukunft werde ich mir hier noch so einen Adapterring kaufen, so 5, 6 Zentimeter Länge mit dem N48 Gewinde. Und dass man eben den dann da schon reinstecken kann und dass er dann ungefähr noch so weit rausschaut vom Auszug. Ja, ich habe ja im Video erwähnt, dass ich auch einen Filter verwendet habe, wo ich eben dann tatsächlich auch ein bisschen qualitativ hochwertigere Aufnahmen geschafft habe vom Mars. Und zwar ist das der hier, das ist der von TS, glaube ich, also der Optics, der UCF2 steht hier drauf. Und der ist eigentlich für den Mond gedacht, aber ich stehe in der Beschreibung dabei, dann kann man eben auch zum Beispiel für den Jupiter verwenden. Dadurch kommt anscheinend der rote Fleck ein bisschen besser raus. Und auch beim Mars geht der recht gut. Und der hat da hier ein M48 Gewinde, das ist ein 2 Zoll Filter. Und der passt dann auch hier optimal rein. Also den habe ich dann eben jetzt hier reingeschraubt in dieses Gewinde hier. So, dann haben wir eben jetzt hier diesen 1,25 Zoll Adapter. Da kann man eben jetzt dann hier die Balo-Linze reingeben. Ich habe jetzt hier die Telefue, glaube ich, spricht man das aus. Das sind eigentlich eher so Premium-Balo-Linsen. Und zwar ist das Fünffach die Powermate. Also die verlängert jetzt die Brennweite vom Teleskop um das Fünffache. Und dadurch wird es aber natürlich auch fünfmal so lichtschwach, ist natürlich klar. Also von 1000 Millimeter komme ich halt mit der auf 5000 Millimeter. Und von Blende 4 komme ich auf Blende 20. Also man muss eben einfach alles mal 5 rechnen. Und dann hat man eben die Werte, die mit dieser Balloninze erreicht werden. So, die passt jetzt eben hier rein. Dann kann man das jetzt hier klemmen. Dann hält das hier. Und ich verwende ja auch einen ADC. Und zwar habe ich jetzt hier den von Piero. Wofür ist jetzt hier so ein ADC? Das habe ich ja im letzten Video schon erklärt, wo ich Saturn und Jupiter aufgenommen habe. Das verlinke ich euch auch nochmal unten in der Videobeschreibung oder hier oben oder da oben in der Infobox. Den ADC verwendet man, damit man die Lichtbrechung, welche ein Objekt quasi macht, also das Licht, was halt von einem Objekt auf unsere Erde kommt, dass man eben das wieder ausgleicht. Also je tiefer ein Objekt oder in dem Fall halt jetzt der Mars am Horizont steht, desto mehr wird das Licht durch die Atmosphäre gebrochen. Und dann hat man eine Rot-Grün-Blau-Verschiebung. Und das kann man eben mit so einem ADC dann eben wieder rückgängig machen, indem man eben diese Farben wieder übereinander legt. Und das geht eben bei dem hier so. Da kann ich ja das hier mal runterschrauben. Und wenn man jetzt hier reinzieht, da kann man jetzt eben hier drehen, das Ganze hier. Und dann kann man hier noch diesen Ring drehen. Also dann drehen sich da drinnen die Glasscheiben. Ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt hier im Video sehen kann. Aber, ja, also jedenfalls einmal bewegt sich das Bild von links nach rechts. Und wenn man es dann so bewegt, bewegt sich das Bild von oben nach unten. Und so werden eben dann auch die Farben jeweils in diese Richtung verschoben. So, und dieser ADC kommt jetzt da oben in die Palolense rein. Das heißt, da geben wir jetzt hier diesen Schutz hier raus, stecken wir das hier rein. Und dann kann man das Ganze jetzt auch hier wieder klemmen. Und dann hält das Ganze jetzt hier. So, und jetzt müssen wir das Ganze jetzt hier noch irgendwie an die Kamera schrauben. Und jetzt hat aber hier die Kamera ein M48-Gewende. Und hier haben wir, glaube ich, ein M42. Und da gibt es aber jetzt so einen Adapter, so einen Ring, der eben von M42 auf M48 geht. Ich bin mir nicht mehr sicher, wo der dabei war. Ich glaube, der war sogar hier beim ADC von Piero dabei. Irgendwo war der auf jeden Fall dabei. Und den kann ich jetzt eben hier draufschrauben. Und dann passt das perfekt hier dran. So, und das sieht jetzt nach einem Murzgerät aus. Ist auch ganz schön schwerlich gesagt. Und dieses Ding kam dann eben so in den Auszug von meinem Newton-Teleskop rein. Ja, eins vielleicht noch. Und zwei, es ist gar nicht so einfach, so ein Objekt wie dem Mars mit 5000 mm Brennweite zu erwischen. Also, dass man den halt mal im Bildfeld hat von der Kamera. Ich habe das Teleskop eben per Hand hingedreht. Habe dann immer versucht, irgendwie so reinzuschauen mit den Schrauben, was am Teleskop eben von der Halterung heißt, dass dann genau in der Flucht auch der Mars ist. Aber das ging gar nicht so leicht. Und das ist ja fast eine Millimeterarbeit, bis dass man da mal den Planeten dann wirklich im Bild hat. Also, wenn man mal im Bild hat, dann ist er ein leichtes. Dann kann man den Rest, also schon mittig ist, dann noch mit der Nachführung schön hinrichten. Aber dass man überhaupt mal den Planeten sieht, ist gar nicht so einfach. Also, ich habe es halt so gemacht. Ich habe dann wieder mal am Mond hingeschwenkt. Der war ja gleich ein bisschen rechts davon. Und habe eben dann auch mal die Schärfe eingestellt, damit überhaupt auch zuerst einmal der Fokus stimmt. Weil, wenn schon der Fokus nicht stimmt, dann wird es ja noch schwieriger. Aber selbst als dann der Fokus gepasst hat, war es immer noch schwierig, den Mars zu finden. Also, da habe ich, glaube ich, sicher 15, 20 Minuten benötigt, bis dass der im Bildfeld war. Okay, das soll es jetzt hier an dieser Stelle gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und war ein wenig hilfreich für euch. Wenn ihr die Möglichkeit habt, visiert unbedingt die nächsten Tage oder Wochen noch den Mars an. Noch ist er ja nicht weg. Also, er ist ja noch da, wenn es eine klare Nacht gibt. Das kann man auch wunderbar von der Stadt aus machen. Da ist es eigentlich eher egal, ob man jetzt Lichtverschmutzung hat oder nicht. Also, ich habe die Bilder gemacht. Das war einen Tag oder zwei Tage vorm Vollmond. Und, also, Planeten gehen eigentlich immer und von überall aus. Also, solange es klar ist, solange keine Wolken sind, kann man eigentlich die Planeten wunderbar fotografieren. Ja, in diesem Sinne, bleibt gesund. Ich wünsche euch alles Gute. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.